Hallo, wir sind Sarath und Rana. Wir erzählen euch heute, was wir in der Woche gemacht haben. Am Montag hatten wir uns mit Seifenblasen beschäftigt und dann haben wir noch bei Brigitte Tanzunterricht bekommen und wir haben auch Mittag gegessen und gefrühstückt. Heute haben wir Bilder mit Wasser gemeint, also ganz viel Wasser und wenig Farbe. Ein bisschen Druck, wie bei mir. Wurzeln abschneiden. Blau Farbe? Blau. Blut. Wenn wir Kohle auf Frankreich sind, sind wir richtig falsch. Ist das jetzt heller? Ja. Das ist Ala, ich bin Malt, das ist nah hell. Wir erzählen euch etwas über diese Woche. Wir haben richtig Spaß gehabt. Heute haben wir geschnippelt und heute machen wir Pizza. Jetzt redet Ala weiter. Und wir haben Bilder gemacht. Manchmal gehen wir zum Spielplatz. Da spielen wir und wir spielen miteinander. Und manchmal tanzen wir und wir spielen Klatschkreis. Wir haben ganz tief ein und atmen wieder aus. Also ich und Nu und Child hat uns Spaß gemacht beim Tanzen, weil das war richtig so schön. Also ich finde das Tanzen am besten schön. Und das mit dem Malen, das mit dem Schmetterling, das fand ich auch richtig schön. Und ich hat mir alles gefallen. Es war toll mit Malen. Das war auch toll mit dem Leben und der Musik. Komm, komm, wir gehen einfach mal zu seinem Platz zurück. Also wir haben vorgestern angefangen zu tanzen. Gestern haben wir auch getanzt. Und heute haben wir gemalt. Und als wir getanzt haben, hatten wir eine Choreo, die wir jetzt tanzen müssen. Und ja, das hat mir auch Spaß gemacht. Hallo liebe Leute. Diese Woche bei der Spiellose war das ganz schön. Wir hatten immer Gemüse. Wir haben jeden Tag Gemüse gegessen und so. Mir hat es gut gefallen. Am meisten mit dem Tanzen. Und was schön ist, wir sind jeden Tag zum Spielplatz gegangen. Dann haben wir zusammen gespielt. Ich habe vorher Ballett getanzt. Und das fand ich eigentlich toll, dass ich in Syrien Ballett getanzt habe. Ich habe richtig gut mitgemacht. Und wir machen noch Aufführungen am Freitag. Und das finde ich auch toll. Das heißt, wir beide haben die tolle Idee gehabt dazu, das alles zu machen. Wir freuen uns vor allem, dass die Mamas gekommen sind. Wir freuen uns für dich. Wir freuen uns für dich. Untertitelung des ZDF, 2020